hallo ihr lieben und willkommen bei einer neuen folge let's try und dying wir sind momentan wieder dabei uns um an link und um kodi zu kümmern und wir werden jetzt erst einmal gründlich in richtung u-bahn gehen und schauen ob wir da irgendwas gescheites finden denn das ist ja auch unsere anweisung für den nächsten tag wir haben jetzt ein bisschen wasser wo warte mal ich sollte vielleicht was trinken anliegen sollte das benutzen so okay wir haben halt einfach nicht mehr zeug momentan das heißt es geht kein weg dran vorbei zur straße warte mal ok ok hier ist die lokale u-bahn aber ich glaube wir müssen erst mal gucken was wir noch in der nachbarschaft finden können irgendwas muss ja hier noch sein ach guck mal hier schnipsel mal gerne mit auch wenn die übersetzung natürlich ein bisschen beknackt ist alte zeitung unerkennbar der vorfall ereignete sich in den frühen nachtstunden des samstags als eine frau die nachtschicht hatte auf dem heimweg plötzlich von einem unbekannten angegriffen wurde nach angaben der frau sah der angreifer kränklich aus und verhielt sich unmenschlich unkenntlich nach angaben des gerichtsmediziners starb der unbekannte während der gewalttat an herzversagen am 12 august 1991 in der post im sozialteil klingt ungeil so gucken wir mal ob wir noch irgendwo was abgreifen können oh 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 shit warte mal da ist doch noch ein zombie hallo mädel du hast doch hier oh shit da sind zombies wie komme ich denn da jetzt hoch hier okay gebrochenes brückenteil na geil da ist der zombie hier oben oh oh und die sind hier alle ziemlich versteckt irgendwie ah ok ich kann hier offensichtlich auch dinge zerstören ja wir nehmen einfach mal alles mit das ist ja interessant ok ja gut der traut sich jetzt hier natürlich nicht ok sie hat gerade schiss er hat gerade schiss das können wir jetzt natürlich nicht machen was haben wir hier noch aber dann mal hier ok das hier sieht aus als hätten wir hier tatsächlich medikamente aber ich brauche dafür ein brett ok warte mal komm mal kodi geh mal mit geh mal mit junge warte mal was haben wir hier ok er hat vorst das heißt wir müssen kodi jetzt was zu trinken geben hier trink mal was so das hätten wir zumindest und ich hole mal frisches wasser kannst du wasser holen ja kannst du super ok haben wir hier alles eingesammelt also ich muss erstmal ein brett herstellen damit wir hier in der nachbarschaft ordentlich raiden können so guck mal hier da hat er wieder was gelernt was ist denn das hier Zeitung ok ah alte Zeitung unkenntlich Alan hörte in der Wohnung nebenan ein Geräusch im Flur zuerst dachte er jemand verschiebe Möbel aber dann wurden die Geräusche immer lauter und hörten nicht mehr auf es hörte sich an als würde jemand wild auf Sachen einschlagen Blumentöpfe einfach alles und dann war da dieses Geräusch wie ein Brüllen wie ein wildes Tier ich war so verängstigt unkenntlich die Polizei vermutete zunächst dass der Verstorbene unter dem Einfluss einer Droge in einen hochaggressiven Zustand geraten war und es wurden weitere Informationen vom Gerichtsmediziner benötigt 22. Februar 92 Justiz Soziale Nachrichten ei 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 können wir hier noch was oh guck mal hier ist noch was wo ich was einsammeln kann super so wir haben hier eine Menge Holz gefunden das ist schon mal gut hier sind noch mehr Zombies ah guck mal hier ist auch noch mal so ein Ding Mülleimer mit Hartschalendeckel ja das haben sie übersetzt oh man okay wir haben natürlich kein Brecheisen was ein bisschen kacke ist aber wir können rein theoretisch wohl auch irgendwann eins herstellen oh was ist hier oh halten bis Benzin holen okay kann Cody das nee kann er noch nicht so guck mal zu wie ich das hier mache wir haben immer brav Benzin eingesammelt so geht das also mhm so geht das also okay haben wir hier noch irgendwas nie hier in unserem Zeitungsständer ist auch nichts drin okay also ich muss jetzt erstmal ein Brett basteln damit wir auf den Dings drauf kommen auf diesen ähm Ding Truck whatever so dann gucken wir doch mal hier Bretter ich brauche ein Bretter kann Cody das? ah nee das muss er erst lernen okay so Cody guck mal zu da hat er jetzt nicht nicht irgendwas gelernt aber das macht nichts jetzt werde ich erst einmal ähm das Zeug das wir hier gefunden haben ähm storen also gerade das ganze Benzin das ist schon einiges wert das Gute ist dass wir offensichtlich hier ähm wenn wir im Haus irgendwas reparieren oder machen äh nicht alles dabei haben müssen das finde ich schon mal ziemlich gut oh kann ich den irgendwie reparieren muss ich mal schauen hoppala äh nicht hängen bleiben hm oh ich kann mir einen ich kann mir eine Brechstange bauen das ist ja geil das ist cool das macht jetzt die gute Anliegen so schauen wir zu was ich hier mache geil Brechstange super damit können wir wieder Dinge öffnen ähm so dann werde ich mal schauen dass wir hier zur Straße zurück gehen weil ich habe ja jetzt das Brett mitgebracht so Cody komm mal mit ah guck mal hier äh okay kannst du das schon? nee kann er noch nicht und so bricht mein Koffer auf mein junger Mann oh Fleischkonserven nice ist das Brecheisen noch da? ja okay das nutzt sich einfach nur ab das ist ja schon mal hilfreich hab ich jetzt hier den Schläger den hat sie okay dann muss ich jetzt hier mal stehen bleiben äh so äh dann muss ich das jetzt mal hier machen ne ah ok ich muss länger drücken so oh da können wir wieder einen Dietrich mitnehmen sehr schön und hier sind dann auch ein paar Dinge die wir mitnehmen können sehr sehr gut hier oben okay Cody hat Homer warte mal ähm Cody hier kriegst du mal was zu nommen okay ähm schau doch mal was du hier findest mein kleiner äh a bunch of Handfeuerwaffengeschoss what the fuck okay immerhin haben wir ein paar Bandagen gefunden das ist ja auch schon mal was so haben wir hier Medikamente nein Holz ach no so und hier haben wir einen Hinweis gekriegt wer immer das sieht bitte findet meinen Tommy vielleicht ist er jetzt an einem besseren Ort genau wie Kelly mein Arm tut weh Kelly hat ihn gebissen als sie durchtritte ich muss stark sein bis Tommy zurückkommt Jason ja ich fürchte jetzt äh eher nicht ein Zettel von den Nachbarn ei 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 oh wow das ist das ist finster okay ein tragisches Ende äh naja gut immerhin haben wir jetzt hier alles fast alles durchsucht warte mal hier war nämlich noch ähm dieses eine Teil das ich nur mit dem mit der Brechstange aufkriegen konnte warte mal kleiner Cody ich nehme dich natürlich an der Hand mit das ist immer schöner warte mal war das hier oh hier ist auch noch Benzin so guck mal wie man hier Benzin klaut das ist wichtig ja ich glaube ich habe es kapiert oh das ist gut so guck mal wie man hier so einen Mülleimer aufstemmt oh da ist alles drin cool da hast du wieder was gelernt mein Kleiner ne so müssen wir jetzt hier noch irgendwo was aufstemmen oh es wird schon wieder spät alter Schwede ja das nächste Mal müssen wir auf jeden Fall oh 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 hier ist noch was hier Cody mach mal das auf bitte oh das ist natürlich schön stärke immer mit war hier noch irgendwas klopfen haben wir hier noch oh hier können wir noch Benzin klauen so guck mal genau hin es ist leer ach Blödsinn ach klar da haben wir ja schon geklaut egal jetzt geh mal heim bevor ein Ding irgendwie platt ist eieiei alles nicht so leicht hier aber immerhin wir haben es jetzt geschafft wir haben Brecheisen wir haben ein bisschen Verbände ähm so dann check ich doch mal den Cody wie es ihm geht na mein Kleiner alles fit ja super das ist gut okay einmal little package packisch was heißt denn packisch wahrscheinlich ein bisschen müde das kann schon sein so erstmal Zeug rüber rüber shiften so wir haben eine Menge Benzin gefunden was ich cool finde weil ich würde mal wetten dass bald der Strom ausfällt also wenn wir hier so ein bisschen die äh wenn wir so ein bisschen diese ganzen äh coolen Sachen hinter uns haben fast keine Medikamente so äh wir müssen Wasser abkochen so das müssen wir das sollte Cody machen damit er es lernt na das macht er ja schon mal super der Kleine na 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 bling sehr schön und er hat was gelernt super mega Cody's Fähigkeiten überleben cool ich hab ihm ähm beigebracht wie man Schrotthaufen durchkämmt wie man verklemmte verschlossene Türen öffnet ähm oh ja das hier müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen mit den Zielübungen und ähm Lebensmittel hat er noch nicht her ach okay das ist natürlich kacke Wasser kochen ist kein Lebensmittel okay I see so gehen wir mal schlafen ist spät genug so das hätten wir aber wir müssen definitiv dann am nächsten Tag zu U-Bahn und mal gucken keine Zombies in Sicht das ist schon mal gut so wie geht es Cody okay gut ich sollte dann vielleicht mal was essen anlegen oh da ist ja nichts drin in so einer Dose so was trinken sollte sie auch und verwenden sollte ich das vielleicht auch mal okay also es geht hier schon besser das ist schon mal ein Anfang und dann speichern wir hier mal ist natürlich so ein bisschen ätzend dass man nur zu Hause speichern kann aber okay da müssen wir dann halt durch ach die zerbrochene Medbank oh die können wir jetzt auch reparieren guck mal her wie ich hier was repariere geil ach tatsächlich hat was gelernt der Kleine so was können wir denn jetzt hier herstellen Kry 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 was ist das für ein Name oh my ähm dafür brauche ich Kraut Alkohol dafür brauche ich selbstgemachten Wein und Holzkohle geschliffenes Kraut wirksames Mittel um Blutungen zu stoppen verzögert wirksam die Verschlechterung der Infektionen okay äh und Stoffstreifen und Alkohol brauche ich für Bandagen ui oh fuck das ist aber ganz schön heftig ey so erste Hilfe Adadene okay halt ein bestimmtes Symptom behält aber seine zusätzliche Wirkung aha Pillen selbstgemachter Wein Monoramin kann zufällig ein Symptom heilen aber seine zusätzliche Wirkung bleibt erhalten okay okay gut dann ich glaube aber jetzt hat er wirklich was gelernt wie man Haus und Hof repariert das oh das ist schon mal gut so dann wollen wir aber mal los ne wir haben ja noch bisschen was zu tun so muss ich jetzt hier ein neues Zeug auslagern äh oh ja die Stärke sollte ich vielleicht da sollte ich vielleicht mal da lassen so oh man wir haben echt fast nichts zu essen scheiße okay ja dann müssen wir jetzt hier mal los ne okay zur Weltkarte wir wollen zur Stadt go eine Stunde boah ja da bleibt uns jetzt halt nichts anderes übrig ne es sieht so aus als wären äh die Dinge so ein bisschen seit dem Erdbeben weniger beruhigter geworden diese komischen Zombies rennen hier trotzdem noch rum also lass uns vorsichtig in Richtung ähm ah okay okay ich muss mich jetzt also erstmal hier in Richtung ah warte mal das hätten wir Holz immerhin so und hier wollen wir erstmal ähm Benzin holen guck mal zu wie wir hier Benzin klauen es ist leer nein ach so ein shit okay dann können wir uns aber auch gleich mal hierhin begeben aha so guck mal wie ich das hier aufstimme oh nice Metallplatte das ist gut und stärker okay äh so dann gehen wir dann gehen wir doch mal vorsichtig hier in die Subway runter mal gucken was uns da jetzt so erwartet aber aber ich merke gerade wir haben schon wieder das Ende der Folge erreicht ihr Lieben an dieser Stelle werde ich mich dann mal verabschieden ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß mit Undying und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder macht es gut ihr lieben. Bis dahin und tschöööö.